Was ich gerne vor drei Wochen über Fettabbau gewusst hätte, es beginnt alles mit einem einfachen E-Book. Dürfen wir vorstellen, die 3-Wochen-Abnehmen-Methode, dein ultimativer Leitfaden zur Verwandlung deines Körpers. Vollgepackt mit echten Fallstudien, Insider-Tipps und Tricks und Mythen-Entlarvungen wie Nahrungsergänzungsmittel machen dick, ist dieses E-Book dein Ticket zu einem gesünderen, fitteren Ich. Egal, ob du Anfänger bist oder schon auf deiner Fitnessreise, dieser Leitfaden ist für jeden geeignet. Entdecke bewährte Methoden, um schnell Fett zu verlieren und das effektiv. Lerne die Geheimnisse, auf die Fitnessexperten schwören und sie echte Ergebnisse in nur 3 Wochen. Und das Beste daran? Es ist komplett kostenlos! Ja, du hast richtig gehört! Hol dir jetzt dein kostenloses Exemplar und starte deine Reise zu einem fitteren, gesünderen Du. Klicke auf den Link unten, um dein kostenloses E-Book zu erhalten und sag Hallo zum neuen Du. Zusätzliche Anmerkungen Flat to Fab Dieser englische Ausdruck lässt sich nicht direkt übersetzen, weshalb er durch eine bildhafte Beschreibung der Körpertransformation ersetzt wurde. Nahrungsergänzung macht dich dick. Dieses Beispiel eines typischen Fitnessmythos bietet eine gute Möglichkeit, deutsche Kultur einzubringen. Man könnte hier weitere, in Deutschland verbreitete Mythen aufgreifen. Schönen! Zwisch!